Es ist es ja, man muss die ja auch irgendwo dosieren können. Und wenn man sie nicht dosieren kann, dann ist es auch blöd. Da sieht man immer die Gimbals steuern. Seht ihr das da, wie die Düsen sich da bewegen? Das sind immer dann die Gimbals. Haben die nämlich auch. So, dann schalten wir mal oben auf die Mäh. Und wer denn? Bis zum nächsten Manöver worten. Naja, passiert dann, wenn man zu viel Power hat, dann düst das Ding einfach mal so schnell, dass einfach einmal was abbricht. Tja, kann passieren. Ist nicht schön, aber kann passieren. Gut, wir wollen mal schauen, dass wir hier sauber jetzt rankommen. Dann mach ich nochmal einen Quick Save. Dann mach ich so weit weg. Zwei Drittel können wir brennen, aber darüber wird es eklig, wie wir gesehen haben. Da müssen wir aufpassen. Zwei Drittel Power. Oder ich fast dratte nochmal. Wäre natürlich auch so die Frage. Hallo, Luzi. Mahlzeit. Herzlich Willkommen. Ja. Ja. Ganz schön viel Missionsplot hinter mir gerade heute schon. Und ich mache jetzt gerade eine Manöverbrennung gleich. Da soll es dann nämlich zu unserem nächsten freundlichen Objekt gehen. Ich kann ja noch mit dem Mauszeiger rüberlegen. Kann man da nochmal gucken. Da ist er. Joel. Da soll es hingehen. Hat eine Menge Monde, der Junge. Und ist ein Teil mit ziemlich viel Masse. Der hat wirklich Masse. Also, wenn einer Masse hat, Joel hat sie. Exos. Ja, Luzi? Weißt du, was dir fehlt in deiner großen Rakete oder Station? Nein, aber du wirst es mir bestimmt gleich sagen. Schoko Cookies. Schoko Cookies? Stimmt, das gehört nicht zu der Standardausrüstung. Na? Aber ich weiß schon, was du meinst. Schoko Cookies sind schon eine tolle Sache. Na? Naja, die kann man schon ganz gut gebrauchen. Einfach stinken. Ja, ja. Schon eine tolle Geschichte, sowas. Schoko Cookies. Schreibt die Mutter an. Ist schon Schoko Cookies. Äh, 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 irgendwie zu Recht, Monde. Schoko Cookies zu Recht, Monde. Es gibt eine Bananen-Mod. Da hast du so, statt der Misery-Gut. In meinem Behälter hast du dann eine mit Bananen drin. Bananen-Mod. Ja. Sind wir jetzt bei der Affe, oder was? Vom Weltraum, äh, in der Dschungel. Ja, ja, Dschungel. Im, im Dschungel ist der Weltraum los, oder so. Ja, ich habe ein kleines Problem. Äh, hatte nämlich jetzt einen kurzen, äh, Reverse gehabt, sozusagen. Ähm, dass mein Maschinenschild doch so viel Kraft hat, dass ein Objekt abgebrochen war. Durch die Beschleunigung. Habe jetzt, äh, rückgesetzt. Und jetzt, äh, brenne ich doch ein bisschen leicht vorsichtiger. Und einer hat gesagt, ich sollte eine kleine Schnaps-Brennerei machen, soviel ich hier mal am Brennen bin. Auch nicht so schlechte Idee. Machst du Space, machst du Space-Wodka, oder so. Ja, und wer hat jetzt da dran gefuscht, dass es abgebrochen ist? Hä? Naja, das war der Ingenieur gewesen, der, äh, nicht genug Strat-Elemente gesetzt hat. Immer der Ingenieur. Ganz normal, Luzi, solltest du eigentlich wissen, dass immer der Ingenieur schuld ist. Ja, äh, und, äh, sowas hast du eingestellt? Naja, meine Güte, du weißt doch, wie schwierig es Personal zu finden hat. Ist nicht ganz einfach, hm? Ja, äh, pfff. Musch besser aussiebe aus dem Ganzen, ne? Naja, so einfach ist das nicht. Alter, Falter, ist das jetzt ne Brennung. Boah. Wow, und wenn ich jetzt gerade so aus der Balkontür gucke, Gluzi, dann seh ich den Mond. Bitte? Ja, und wie viel Liter Sens, wo du schon gebrennt hast? Boah, einiges, einiges. Ja, und dann schickst du mir nicht mal einen Liter vorbei. Naja. Ich schicke dich gar nicht, hm? Ich bin ja ein paar... Ein paar ist gut. Ein paar Tausende von Kilometern entfernt von der Heimat. Kannst du dir gerne abholen. Kannst du dir gerne abholen. Ja, Bisch. Kannst du dir gerne abholen. Ja, ja. Ne, ne, lass mal. Oh, Mann. Platte du mal durch den Weltraum. Boah, bin ja auch schon dabei. 26.500 und paar zerquetschte Tausende, ähm, Millionen Meter. Ja. Das nennt man ein Orbit, wa? Oh. Apropos, ich könnte doch theoretischerweise einen Crew-Report machen. Ich guck mal da, ob ich hier mal keinen Crew-Report. Och, gibt 30 Punkte. Ja, send mal die mal nach Hause. Ja, wir machen einen Crew-Report. Wir sind hier heftig unterwegs, machen aber einen Crew-Report. Ist doch mal was Schönes, ein Crew-Report, Luzi. Kriege ich hier noch andere Daten? Ich weiß nicht, was das ist, aber ist okay. Du weißt nicht, was ein Crew-Report ist? Ganz einfach. Irgendwo sitzt du rum und sagst, ja, hier sieht es so und so aus. Ich schicke das mal nach Hause. Na ja. Na ja. Na ja, das ist üblich ja halt. Wie man halt so macht, wa? Crew-Report. Ist im Prinzip nichts wie ne Ansichtskarte, nur in digitaler Form. Gibt's net Ansichtskarte. Ja doch, doch. Soll er selber dort hinfliegen, dann soll sich einen Kaffee. Alter, was geht denn? Man hat ja nicht auf dem Stirn-Dipp stehen, ne? Na ja. So, da haben wir nochmal Daten. Das ist wie mit dem Brot. Und mit dem Wasser. Ja, Brot tut nichts. Das hab ich da schon mal erklärt. Das ist einfach, äh, gibt jemand so ne Scheibe Brot und Wasser. Fertig. Hä? Das heißt. Wow, die Hälfte der Brennung haben wir durch. Also gleich. Äh, sind ja nur... 1000 Meter pro Sekunde, die wir noch machen müssen, locker. 1000 Meter pro Sekunde, Lucy. So schnell musst du mal latschen. Warum solltest du das überhaupt tun? Weißt du, was das für ein Stressfaktor wäre? Ein bisschen. Ganz leicht. Ja. Orbitalspeed zur Sonne hab ich jetzt in 9000 Meter pro Sekunde ein paar zerquetschte. Mein lieber Mann, gehst du ab, ey. Na ja, da hätt'n bisschen mal los. Aber nur ein bisschen. Ach, da hat man Geschwindigkeiten drauf. So funktioniert das, Lucy. Ich muss mal gucken, was. Du musst gucken, was. Was ist heute schönes Skips zu kaufen? Nichts Besonderes, hab ich schon nachgeguckt. Ist ein trauriges Tagesangebot. Aber was hast du erwartet? Äh, vom Tagesangebot erwartet. Du hattest schon lange nix mehr bei Steam. Naja, wobei, das letzte Tagesangebot, also vorletzte, also nicht gestern, sondern vorgestern, das hält ja immer 48 Stunden, waren's ganz gut. Da hat sich ein Kollege drüber gefreut. Ja, der wird sich das wohl auch geholt haben. Ja, der mag das ja auch sehr gerne. Hat da auch die Demo gespielt und wollte jetzt halt warten, bis es da im Angebot ist. Ja, hat er sich dann jetzt geholt. So, 800 Meter pro Sekunde noch. Mensch. 800 Meter pro Sekunde. Das sind Geschwindigkeiten eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, ist das echt übel viel. So, wenn ich die Beschleunigung durchhabe, werde ich eine Sache auf jeden Fall machen. Ich werde das nochmals verstrutten, dass ich auf Volllast brennen kann. Weil, wenn ich nachher das Bremsmanöver mache und da tausend noch was runterbrennen muss oder sowas, dann hab ich ein Problem. Und zwar ein ganz gewaltiges Problem, Luzi. Und dann dir die komplette Karre auseinanderbreche, Luzi? Ja, die kann mir definitiv auseinanderfliegen. Ja, siehst du, muss so weit denken, kann ich auch noch so mitdenken. Und glaub mir, das ist äußerst unangenehm dann. Ach, Käsekram. Nee, nee, Metallschrott. Käsekram. Nee, Metallschrott. Käse ist ja wenigstens noch lecker. Ja. Den kannst du ja noch essen, machst dir noch ein paar Trauben dazu, ein bisschen lecker Wein. Geht immer. Vielleicht noch lecker Oliven. Brot. Ja, kannst du auch machen. Dann ist ein Brot dazu. Nimmst ein bisschen Wasser. Trockenbrot und Wasser. Richtig. Ja. So. 555 am Meter pro Sekunde noch. Aber ich sag's was, wenn du überlegst, dass du eigentlich die schlimmere Parodie bist. Die was? Du sagst ja eigentlich das Schlimmere eigentlich, was die Ernährung betrifft. Äh, das verstehe ich jetzt nicht. Naja, die Weltraum, äh, die, äh, die Weltraumhainzels, da, die, die tun, äh, nur Pilcherfresse und irgendwelche Konzentrate, dass sie, dass sie überhaupt überleben können, da, aber. Ja. 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 Da gibt's nix frisches, frisch gekochtes, äh, 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 von irgendjemandem oder im Restaurant oder sowas. Da gibt's halt nix. Da gibt's halt nur Pillefraße. Ja. Das ist ja das Schlimmste noch. Das ist ja noch das Schlimmste. Ja, komm, äh, ey, geh mal in so einen Biolader, äh, guck, guck dir das Sortiment mal auf von deinen Pilcher, Alter. Du bist ja ganz, das ist ja schlimmer wie die Papa-Industrie, ey. Ja, und es gibt ja Leute, die essen sowas ja noch freiwillig. Ah ja, noch dazu, ey. Ja, jetzt sind wir voll wieder beim Thema. Das ist das Gute. Das ist komplett schlimmerein. Ja, 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 ja. Es gibt ja Leute auf ER, die essen wirklich freiwillig irgendwelche Pulver oder sonstigen Dinge. Muss man sich mal überlegen. Ja, konzentratscheiße, ey. Ja. Oder so Mikrowellenfutter. Ach, das ist ja harmlos. Äh, ich find das nicht harmlos. Ich find das schon mal schlimm. Also so Mikrowellenfutter, äh, ich weiß nicht. Äh, ich sag mal so, anerst da, äh, hast du vor Tschernobyl auch nicht, also tut mir's leid, als ob jetzt, äh, 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 spuckst zwei Mopi, bist du auch angst. Also von daher, weißt du, ob du jetzt, äh, versäustes Essen, verstrahltes Essen da essen tust, oder einem, äh, in der Mikrowelle extra warm machen tust, äh, spielt doch gar keine Rolle mehr heutzutage. Ja, aber trotzdem, äh, schon teilweise echt übel, was manche Leute so zu sich nehmen, Nahrungsmittel-Technisch, nicht? Ja, ja, das ist schon... Ah, das ist schon, wie sagt man so schön, unerotisch. Okay. Äh, war's okay. Verstehe ich jetzt gerade mit dem Zusammenhang was mit erotisch und, äh, das jetzt, äh... Sagt man so, das ist so, äh, ein Wort, was Geflügel hat, also man sagt ein geflügeltes Wort. Ähm, irgendwas stimmt hier gerade nicht, was ist denn los? Ach, hier ist schon wieder was abgebrochen. Ja, hättest du die Handwerker mal gescheit bezahlt. Ja, das seh ich auch gerade. Und, äh, irgendwelche, äh, hast du wieder geguckt, dass es, äh, die billigsten Handwerker sind, ne? Ja, 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 das ist... Das ist schon mal gescheit, was die Schwache sind, ne? So ungefähr. Ja, ja, das zahlt sich aus, wenn man keine Qualität hat. Ja, ja, ja. Bestimmt, äh, bestimmt erfährt ich los in der Mongolei. Ja, 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 irgendwie sowas. Oder sonst wo. Oder auf dem Nordpol oder sowas. Ja, so ist das. So, ich muss wieder die Brennung anschmeißen. Wir sind wieder bei 1700 Hauvers Brennung. Oh Gott, das wird eine echt harte Brennung. Ja, ich hoffe, dass er, äh, dass er ordentlich Prozente abschmeißen tut. Und dass ein paar Liter werden. Ah. Du kannst den, äh, der komplette Twitch-Kanal, äh, versorgen. Oh. Ach ja, das ist das Mindeste. Wenn ich von Leifel vertrage, du hast schon dort die ganze Zeit vom Brennen verzählst. Ich hab so einen schönen Navigationspunkt gesetzt. Das ist ja der Hammer dazu. Ich hab so richtig schönen Navigationspunkt gesetzt. Und das Problem ist, dass ich jetzt, äh... Du hast schon längst vorbeigeflogen. Naja, ein paar Meter schon, sagen wir mal so. Das Problem ist aber, das Hauptproblem ist aber halt, ähm, die Tatsache, dass, äh... Wie der Ding immer auseinanderfliegt. Auf den letzten paar Meter jetzt gerade, jetzt brenne ich ein bisschen vorsichtiger. Jetzt hab ich noch ein paar Prozente weniger. Ähm, gucken wir mal, dass das Ding so einigermaßen stabil bleibt. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Machen wir ja so mal ein bisschen die Innensicht. Wow, der sieht aber sehr begeistert gerade aus. Wenn man sich das so anguckt, der, uh, der kriegt fast Angst. Und der schieft sich bestimmt in die rituelle Hose. Ja, das könnte durchaus sein. Also der Blick da... Ja, der sieht nicht so glücklich aus. Wie sieht der andere aus? Oh ja. Wie sieht der andere aus? Er sieht auch nicht so glücklich aus, der Junge her. Ja, das will ich mal sehen, wenn du, äh, wenn du, äh, wenn du in so einem Schiff hockst, wo, äh, wo, äh, wo halber, äh, das halbe Schiff auseinanderfallen tut. Also du tätst schon an im Glücklich-Gucke. Und du tätst schon auch nicht lachen. Ja, ja. Man soll keine Metallstifte als, äh, Sicherung verwenden. Na, ha, sehr interessanter Sicherheitshinweis hier. Äh, man soll keine Sicherheitsstifte dafür verwenden. Äh, nee, keine Stifte für, also Sicherung verwenden. So, jetzt sagen wir es mal an, 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 an. Also ein bisschen wie MacGyver-Skill, weißt du, MacGyver, ne? Er hat doch auch Skill gehabt, wa? Äh, MacGyver war der Mega-Skiller. Ja, auf jeden Fall, also. Er hat nicht nur einen Aim-Bot gehabt, er hat, äh, alle möglichen Cheats drauf gehabt und, äh, sogar Cheats, die wohl nicht mehr programmiert worden sind. Richtig, richtig, richtig. Der wusste wenigstens, was Sache ist. Nee, der wusste, wie man aus, äh, aus dem Kaugummi und aus dem Kaugummi-Papier eine, äh, eine Atombombe zum Beispiel. Ja, richtig, richtig, richtig. Und das musst du erst mal hinkriegen, ne? Nicht gar nicht. Warum nicht? Ich hab kein Brot, ich weiß. Ganz genau. Ich guck gerade mal hier während der Brennung mein Schiff hier an. Oh, hier ist ne Einkaufsliste übrigens. Milch, Eier, Butter und Mehl. Eier, Butter, Mehl, hat das schon beim Milchfield noch der Tägchen? Ja, da muss man noch dran arbeiten. Wow, was ist hier los? Ach! Ich weiß, was für ein Fehler. Der Fehler besteht dran, ne? Ist kein Witz. Ich war gerade in einer anderen Kapsel drin, ne? Und dadurch verändert sich, äh, die Navigationsnot. Oh Gott. Ich merk schon, diese Brennung heute ist die Hölle. Wie Brennung ist heute die Hölle? Also, wenn's nicht, äh, fast an die 100% kommt, dann brauchst's nicht mit dem Fusel herzukommen. Dann wollen wir's alle nicht. Äh, ich merk das schon. So, weil das so ne schöne Brennung ist, würd ich mal sagen, wir machen Twitch-technisch, Ja, beim nächsten Mal weiter. Ich mach die Brennung jetzt so offscreen. Und zwar ganz sacht und vorsichtig. Wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, mögt, könnt. Und vor allen Dingen dürft gerne, ja, nächste Woche wieder. Ich hoffe, dass ich's hier hinkriege. In dem Sinne euch allen. Ciao, ciao. Bye, bye. Und shirio. Ciao, collaborative. Du Equity. Tschüss. Tschüss.